schauen wir uns deutsch rap memes an 187 version da hab ich bock drauf da hab ich bock drauf habt ihr auch bock java geht schnell weg das boot oh nein die ente lasst die ente leben kapitän du kannst doch die vögel nicht einfach tot war ich liebe schwäne hey schwannfamilie habt sie schafft kommt her ihr habt euch eine belohnung verdient die mögen kuchen hier magst du kuchen lecker lecker kuchen ja für die kids ist auch genug da eigentlich wollte ich den kuchen selber essen aber wenn ich so eine süße schwannfamilie da geht mir das herz auch da kann ich anders da muss ich teilen für die kids auch schwannmudi hier schwanni schwanni komm her also digga gaso ist halt einfach ein meme digga zu lustig der junge das ist das ist einer meiner lieblingsstellen von ihm digga also da habe ich tränen gelacht beim ersten mal so leute ich sag euch die wahrheit das eben war gar nicht meine brille das ist meine brille zum lesen habt mut zur brille weil brillenträger sind die besseren das ist bayern haha mach weiter alter so gut digga so machen die das bei ikea auch was haben ein neugeborenes und ein haftentlassener gemeinsam richtig weil wir wollen direkt am busen der ist einfach der eins plus digga aber weil er hat ihn auch so gut erzählt was haben ein neugeborenes und ein haftentlassener gemeinsam richtig weil wir wollen direkt am busen ok durch sie können durch sie können durch Das ist die beste Stelle, Digga. Da ist er gerade aus dem Knast rausgekommen. Was er da sagt, Digga. Das ist so Legende, Digga. Was ist dieser WhatsApp? Zackface, ganz wichtig. Das ist dieser WhatsApp. Ich sehe alle auf dem Handy. Was ist dieser WhatsApp? Als ich das das erste Mal gesehen habe, Digga. Oh, da habe ich auch Tränen gelacht, ey. Aber ich muss auch sagen, das war noch die Zeit. Wobei, vielleicht fühlt ihr es vielleicht auch nicht. Also, natürlich, Digga, ist der Erfolg für die Jungs voll vom Herzen gegönnt. Aber damals war es noch etwas Besonderes. Also, es war irgendwie mehr besonders, Hörer und gleichzeitig Fan von 187 zu sein. Weil sie halt nicht so bekannt waren wie jetzt. Damals weiß ich noch ganz genau, Digga. Als Gaso aus dem Knast rausgekommen ist, Digga. Die Videos von Bones, Digga, Hoodblocks und wie sie hießen. Und wo sie direkt aus dem Knast mit Gaso nach Mallorca gefahren sind. Mit Contra-Car, Bones und Gaso. Und da die Videos gemacht haben. Ich glaube, davon gab es Malle-Vlog. Ich glaube, gab es drei Teile. Ich glaube, drei Teile. Das war, Digga, das war einfach die beste Zeit, Digga. Das war die beste Zeit. Zackface, ganz wichtig. Hab ich gelernt nach meiner Erlassung. Wir flirten mit einem Mädchen. Bisschen Augenkontakt oder so. Guckt alle nur so auf ihrem Handy. Mit Bodi und Chapo. Hoodblocks waren krass auf jeden, Digga. Natürlich, man kann... Oder Monsterblocks. Also, man kann verstehen, dass sie es jetzt nicht mehr machen. So irgendwo, ist klar. Aber das waren die Videos, die ich auch am meisten geführt habe. Weil sie so echt und real waren. Und so nah dran, irgendwie, Digga. Komm wieder, Pascal. Ja, fliebe, komm, wieder. Also, ich wollte ja zu E-D-Karmischen Vodka kaufen. Ach so. Wir fahren jetzt hier, Digga. Komm hinten raus, komm. Beste Liebe, kleine Bahn. Hatten wir schon, Digga. Ja! Ganz ruhig, Freundchen. Ganz ruhig, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Bis auf Instagram-Story. Alle gucken zu. Der war aber riesig, der Typ, Digga, oder? Oder kam es jetzt nur so vor, gerade? Also, Gaso ist ja schon an die 2 Meter. Irgendwas bei 1,95. Bones auch irgendwas. Also, beide sind so zwischen 1,90 und 2 Meter. Irgendwie so. Aber der Typ ist ja dann 2,10 Meter, Digga. Also, der Typ ist ja 2,10 Meter, dann. Ein ganz langer Lulatsch. Ganz ruhig, Freundchen. Ganz ruhig, okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Oder also, über 2,10 Meter würde ich sagen, ist der. Beim Story alle gucken zu. Was geht, was geht, meine Freunde? Augen wie Chinesen. Wie er in seinem Song gesagt hat, Digga. Heier als die Polizei erlaubt, Bruder. Ich habe gerade einen Rapsong von ihm zitiert. Mittlerweile 18 Uhr gleich. Und ich bin immer noch total high von den Hushbordys. Und ich habe ihn vor fast 12 Stunden gegessen. Unglaublich, der Scheiß. Skuss, 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 skuss. Ich habe ihn. You can't touch that shit my roadie, you can't touch that shit my money, you can't touch that shit You can't touch that shit You can't touch You can't touch that shit You can't touch You can't touch that shit So, Wetter ist bombastisch in Hamburg Ich bin am Öl Was macht man da? Wasser trinken Wasser aus Glasflaschen, weil Plastik ist scheiße Plastik geht in seine DNA über Und Regenwaren bestehen wir alle nur aus Plastik Hab ich von Bones gelernt Alles klar! Was machen wir als nächstes? CL aus der Garage holen Dann suchen wir uns einen Fahrer Wir wollen ja Alkoholiker konsumieren Und was machen wir noch? Wir fahren durch die C hier, Alter! Wunderschön Was machen wir als nächstes? Wir machen das Auto voll Also ich muss sagen, der Mercedes, Digga Wunderschön Das sieht einfach ohne C-Säule, Digga Das sieht einfach schön aus, Digga Was machen wir als nächstes? Wir machen das Auto voll Mit T-Shirts, CDs Und was wir alles so da haben Und fahren durch die Hamburger Ghettos Weil wir wollen was zurückgeben Auto ist voll CDs haben wir auch Next Stop Jägermeister B-Säule, sorry B-Säule Wir kommen ja auf C-Säule Wir wollen allen was zurückgeben Auch der Busfahrer geht nicht leer aus Bitteschön, mein Bester Das ist eine neue CD von mir Digga, der sieht aus wie der Typ Bei der Deutschen Bahn, oder? Der sieht aus wie der Typ Von der Deutschen Bahn Lul Oder, sag mal ehrlich Das sieht voll ähnlich, oder? 622 sind wir Warte, wo war das? Ganz ruhig, Freundchen Ganz ruhig, okay Ganz ruhig Ganz ruhig Ja, okay Könnte der Bruder sein Neue CD von mir Hau rein, mein Bester Ganze Team ist dabei, Digga Ein Satz, lieber Ey Wo bin ich Wo, 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 wo Zu ehrlich Aber das Man muss auch sagen, Digga Es kommt halt auch mega Mega lässig rüber Also, kann man mir sagen Was man will Das kommt einfach lässig Und gut rüber, Digga Ey Wo will jemand Wo, 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 wo Komm, wir Komm, wir Max, will Rollstuhl Muss gestehen, ich bin aber auch noch nie Snowboard In meinem Leben gefahren, Digga Noch nie Und Boone seine Dache im Hintergrund Macht das Ganze Einfach Also, Boone seine Dache Macht das Ganze im Hintergrund Einfach nochmal entspannter Und lustiger, Digga Gutes Video, liga, gutes Video Gutes Video, liga, gutes Video